Jetzt muss ich mich aber natürlich beeilen. Nein, ich bin ausgerutscht. Das war glitschig. Das war glitschig. Moin, Moin. Heute wird mal wieder ein bisschen rumgejumpt. Und zwar bei Super Jump. Mit dabei ist die gute alte Sturmwaffel. Bonio. Und du, du stretchst dich da schon mal so ein bisschen? Ja, ich mach ein bisschen so. So weißt du, legwarming. So sieht das auch aus. So, und wir werden natürlich ein paar Maps jetzt hier so ein bisschen anzocken. Sturmwaffel kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Deshalb ist er auch der, der die Maps aussucht. Red Grove, das hab ich, glaub ich, schon mal gesehen und auch gezockt. Genau, und dann haben wir ein bisschen im Après-Aufnahmentraining. Genau, erst mal die etwas leichteren. Das ist auch mehr so meine Sache. Denn ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt so der Jumping-God. Ich kann Survival-Games so einfach aufkloppen. Zum Ender-Games ein bisschen. Oh Mann. Das ist meins. Aber direkt irgendwie hier so von A nach B. Oh, ich seh nicht dahinten. Nein, 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 nein. Huuu, Joll. Ja, Trapper. High five, Leute. Ja, so virtuelles High five. Leute, ein High five in die Kamera. Perfekt. So, mit so einem Platscher. Da seht ihr das da drin. Okay, nehm. Da, wo die bösen Drachen wurden. Und die erinnert mich immer bei Dragon Escape hier Through Hell. Apropos Dragon Escape. Ich glaub, ich hab bei mir einen Stream mal eingehabt. Der war ein Bilder auf meinem Plex. Und der, mein ich, hat mir letztens geschrieben, es gibt bald neue Maps. Nur mal so in den Raum gestellt. Oh, auf jeden Fall mal wieder Zeit. Also, das enttäuscht mich auch. Da bin ich ein bisschen traurig. Ja, sie stimmen wohl. Ja, weil Nether, oh Gott, Nether ging ja echt schnell. Nein, ich hab nicht schredet, Justin. Nein. Oh, ich hab aber auch so einen Dummkopf. Ich hab gerade den ersten Sprung verkackt. Was war denn da los? Ich bin einfach nur, heute bin ich ein bisschen müde. Entschuldigt, Leute. Das war eine lange Nacht. Wir waren ja noch bei dem lieben Herr Bergmann zusammen mit, umgespielt, aka Simon, und haben da so ein paar Sachen aufgenommen. Und da, oh, 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 Sturmwaffel. Du mit deinem Superman-Cape. Superwaffe, komm zu dich gepflegt. Kennst du noch Super-Ritchie? Ja, natürlich. Alter, ich raste gleich aus. Das war so unnötig. Das war so unnötig. Das war wirklich unnötig. Was hast du denn gemacht? Das war der letzte Jump nicht. Weißt du, ich hab so... Ja, P-Dizzle! Check your booty. Check your booty. Okay, jetzt die neue, alte, altbekannte Nicht-Map, die wir alle nicht gut kennen. Hier, Pixel. Pixel! Pixel! Weil wir keinen Plan hatten, ob die neu war oder nicht. Ja, genau, Leute. Ist die relativ neu, war die von Anfang an dabei. Das wäre wirklich mal eine Info, die ich wirklich feiern würde. Weil ich mich da, wie gesagt, bei den Maps nicht so gut auskenne, dadurch, dass ich vielleicht nicht unbedingt so der Jumping-affine Person bin. Oh Gott. Jumping-affine Megaperson bin. So! Wir lieben Germanistik-Studenten, ihr könnt jetzt auch wieder zuschlagen. Ihr seid herzlich eingeladen. Oh, dieser Sprung. Ich hasse ihn so sehr. Nein, ich bin nicht mal gesprungen. Wenn ich wenigstens bei Super-Jumpen ein bisschen Jumpen würde, ey. Kann ja nicht wahr sein. Der eine da, der ist wirklich einfach nur viel zu schwer. Ah, nein, blaues Schwert. Ist das da hinten auch blau? Nee, oder? Oh, 360. Oh, nein! 360? Wollte ich einfach mal probieren. So ein bisschen was riskieren. Nein, weil ich hätte bei dir gehört, dass du runtergefallen bist. Und da dachte ich mir einfach... Machst du mal ein 360 draus, ne? Nicht mal irgendwie auf Save. Nee, nee, nee. Oh, dieser Sprung! Oh, jetzt ist es jetzt. Das ist echt... Weil ich dachte eigentlich, selbst wenn ich bei dem Sprung hier in den 360 probiere, dann kann ich da eigentlich nicht runterfallen, war aber ein Trugschluss. War ein Trugschluss, aber... So, warte jetzt. Hast du also so den Sprung geschafft? Das hört sich so an. Nein! Oh, nee, ich bleib da die ganze Zeit dran hängen. Ja, ich bin auch immer genau an der Kante. Ah, ich bin runtergefallen. Meine Lippe berührt den auf jeden Fall. Der dicke Zeh, ne? Der kann wie dein ganzer Körper nicht halten. Mit dem linken Ohrläppchen komme ich da immer dran. Mit dem linken Ohrläppchen. Lecker aus Kürbis. Apropos, das ist so wie bei Dragon Escape, das ist auch immer... Da tunkst du immer einen dicken Zeh in die Lava, irgendwie bei dieser Netherland. Ja, genau, ey. Da brennt man immer an. Ach, komm! Ja, jetzt haben wir es mal. Das kriegst du wirklich nicht hin, ey. Hast du den Sprung? Ja, ich hab's jetzt... Aber der zweite finde ich auch nicht so schmackhaft. Ach, da muss ich ja nur auf die Wolle stellen. Das ist ja dann viel einfacher. Also dann... Aber nicht für mich. Kann man das selbst, wenn man auf der Wolle steht, schaffen? Ja, ich mach das immer bei dem Großen jetzt. Also bei dem Anderen. Okay, okay, easy. Easy. Oh, es gibt's nicht. Besonders, ich denke immer, ich schaff den. Und dann falle ich irgendwie noch ganz knapp an der Kanne runter. Jetzt, komm, 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 komm. Jetzt nach oben, jetzt nach oben. Oh, komm, ey, der kann mich nicht zum dritten Mal ziehen, Alter. Das ist ein bisschen too much. Das ist ein bisschen too much. Yeah! Oh, Alter. Ich schaff die Map einfach nicht. Die sind alle so schwer. Okay, warte, jetzt muss ich mir natürlich erstmal was... Jetzt musst du mich aber destroyen. Jetzt wirst du destroyed, Alter. Was machen wir denn mal? Das da. Glaub ich. Ich bin mir nicht sicher, welche das ist, aber dieses... Ah, okay. Jetzt sind bei diesen Sachen... Ich mach immer gerne so Flüchtigkeitsfehler. Das ist immer so mein Problem. Einfach so. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, hoi. Da, da kann man ja überspringen. Ah, hier. Go, 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 go. Jetzt hier, der ist ein Mega-Battle, Alter. Ich bin ein bisschen nervös, Alter. Oh! Oh, Paluten ist... Paluten ist... Nein, ich bin runtergefallen! Ich bin auch normal! Von... Eine Dämon-Station. Da hätte ich nicht... Da hätte ich wirklich gedacht, okay, irgendwo... Okay, krass. ...mach ich jetzt einen Fehler. Ich war auch super ruhig. Ich nur so... Ja, 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 okay, okay, okay. Der Nummer... Komm hier. Komm hier. Panda. Oh, oh, oh. Jetzt will ich Sturm auf jeden Fall seine... Oh, ich bin auf der anderen Map wieder, wie gerade eben. Aber das mache ich mir irgendwie so ein Bug, glaube ich. Ich stehe auf Pixel. Wie, wie... Spielst du mit mir jetzt nicht? Doch, 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 doch. Aber das ist mit einem Bug, dass man doch irgendwie auf einer anderen Map hinten einfach stehen bleibt. Weil er wird wieder so ruhig. Erzähl doch mal eine schöne Geschichte, Paluten. Ja, ja, und sonst ist alles cool, yo. Nein! Oh, jetzt habe ich es wirklich verkackt. Nein! Nein! Komm, komm, komm. Nein. Bist du... Jetzt bist du so ruhig. Was? Bist du so... Oh! Was? Oh, dann... Man! Vor allen Dingen, da talk ich wirklich. Komm hier, komm hier, komm hier. Das beenden wir jetzt, das beenden wir jetzt. Was können wir denn noch machen? Was ist denn... Was ist denn eigentlich... Haben wir Ocean schon? Nee, Ocean haben wir noch nicht. Ocean's Eleven. Ocean's Eleven. Erinnert so ein bisschen an Arena. Er hat am Ende so ganz miese Zaunsprünge. Okay. Uh, da hat er die 999 Punkte schon. Oh, ich wollte gerade sagen, ich wäre beinahe hier am Anfang schon. Oh, nein, das läuft. Und dann immer... Ja, ja. Das ist auch super schwierig, irgendwie andersweise zu kommentieren, wenn man... Ja, ich bin dann auch immer richtig ruhig und konzentriert. Ja? Oh, hast du schon? Was? Oh, Sturmwaffe. Oh, nein, ich bin... Nein, ich bin auch runter. Die Zaunsprünge am Ende sind richtig mies. Ja, ich mache gerade einfach nur so blöde Konzentrationsfehler, weil ich... Oh, nein, 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 nein. Nein, oh, ich habe den Absprung nicht bekommen, warum auch immer. Oh, Gott. Jetzt muss ich mich aber natürlich beeilen. Nein, ich bin ausgerutscht. Das war glitschig. Das war glitschig. Das war ein kleiner Slime schon da. Jetzt komm. Oh, oh. Ich seh dich da hinten im Auge Schreib gerne in die Kommentare Ob wir das Video noch ein bisschen langsamer Wollen wir nicht mal Oh Mann ey Fünf Maps hatten wir? Ist das schmackhaft? Was meinst du? Möchtest du das 3-3 machen? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr Was wir noch großartig machen könnten Von schnellen schmackhaften Ich hab jetzt auch ein bisschen Angst So eine mega lange anzufangen Wo die Aufnahme einfach so auf 25 Minuten Gestretched wird Abfailen des Todes Ja gut, dann war das doch Meiner Meinung nach sehr schmackhafte Runde Sturmwaffel hat nochmal seine Ehre gerettet Indem er mich da am Ende nochmal destroyed hat Aber Gott sei Dank haben wir am Anfang Gut vorgelegt Und wir beide werden jetzt gleich nochmal Eine kleine Runde Gravity aufnehmen Einen neuen Spielmodus auf den Mineplex Servern Und das werden wir bei Sturmwaffel auf dem Kanal tun Der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt Wenn euch die Folge unterhalten hat Dann lasst doch gerne eine Bewertung da Ansonsten wünsche ich euch allen natürlich noch Einen angenehmen Tag Dir natürlich auch Sturmwaffel Haut rein Bis dann Ciao, ciao Tschüss Schau Vielen Dank.